immer dann weiß die ganze zeit nicht aber wenn man denn der aufnahme macht dann machen sie ihr ja ihr blas gerät so sie meinten die nie geändert zu haben willkommen zurück freunde auf mein kanal fragen stopp wieder hier schön dass ihr dabei seid ja heute kommt der letzte teil von den winter dürften top ten und zwar top ten winter dürfte im nischen bereich ja ich hatte euch ja gesagt es werden ein bisschen andere kommen als üblich also nicht mal die üblichen verdächtigen ihr kennt mich ja ich nehme auch gerne andere rein ich hätte so viele reinnehmen können aber dann wäre es keine top ten sondern top 20 top 30 und das muss ja auch nicht sein weil es darf ja auch nicht too much werden und deswegen ja top ten also leute wenn ihr mehr wissen wollt bleibt dran hey willkommen zurück ja der erste auf platz 10 ist kemmel von zoologist ja kemmel warum kemmel ja bei kemmel erst mal aus oder von der marke der beliebteste selbst bei frauen ja kaum zu glauben aber ist so viele ich kenne einige die den ich den vorgestellt habe die sagen geht gar nicht aber dann gibt es tatsächlich frauen die den wirklich sehr gerne mögen und natürlich auch männer es ist einfach ein wie soll ich das sagen ja wenn man in dubai auf dem markt läuft und dann habt ihr einfach früchte ohne ende datteln etc pp einfach ein ja ein ich wollte schon sagen komposthaufen nein das ist ein würziger schöner leicht fruchtiger duft der ein bisschen wärme widerspiegelt vom fell des kamels würde ich mal glatt zu sagen ihr wisst ja die düfte sind ja es soll ja die umgebung des tieres darstellen und das kamel lebt in der wüste in tunesien dubai etc pp und wer schon mal in dubai oder in tunesien tun es ist egal war der weiß von was ich rede und ja es sind ganz interessante tiere und auch ein interessanter duft in endeffekt ist er wird sich orientalisch so so müsste diesen duft sehen getrocknete früchte rose und weihrauch habt ihren anfang ja das ist auch wirklich also ich liebe ihn auch es sehr als man muss sich daran gewinnen muss auch dieser marke das ist noch das sind eben die alten dürfte wie ich immer so schon sagt sehr speziell die marke jetzt aktuell mit den neuen dürften nicht unbedingt mehr aber früher ich also persönlich die neuen dürfte sind gut aber mir gefallen die alten einfach besser weil einfach wie schon eben sagte eingangs sie waren speziell leider macht er es nicht mehr so er geht ziemlich in ja er möchte auch andere leute ansprechen das hat er mit diesen dürften mit denen schon aber mit den mit den anderen ebenso wie renozos t-wax und ja moth und ja wer möchte schon nach mottenkugeln riechen aber wenn man den duft mal so ein bisschen zeit gibt die motte riecht wirklich nach mottenkugeln dann ist das sehr interessant genauso wie dieser duft amber jasmin möhre kommt dann und ihr habt ja einfach alles wie gesagt als wenn ihr auf dem bazar in dubai und so weiter war seid nicht wart und so riecht es da wirklich genial moschus und so weiter hier ist sehr viel drin und ich bin der meinung zum winter kann man diesen einfach sehr sehr gut tragen also leute camel von zoologist so der nächste auf platz neun kommt vom parfümste malion ist karl ja karl ist ein sehr starker duft sehr genial wieder hier ich muss erst mal zu dem flakon wieder kommen ich sage es ja seit jahren schon sehr geiler flakon der deckel sehr fest wiegt fast mehr als der ganze flakon sehr nice sehr cool richtig schön schwarz matt schwarz nicht ganz matt aber so glänzend schwarz richtig cool karl ist schon richtig geiler begleiter winter grüne apfel in der kopfnote und muskat und das nehmt ihr auch auf jeden fall war ja und ich rieche auch immer sofort ein bisschen die cremigkeit als wenn da so ein bisschen ja holzig schokolade so ein bisschen im hintergrund ist gleich vorweg es ist keine schokolade beinhaltet aber er riecht so und ich muss sagen sehr genial safran kommt dann natürlich auch schon in der kopfnote muskat safran und grüner apfel das nehmt ihr auf jeden fall definitiv waren es ist nice leute denkt tonka bohne und rose im mittelteil ich finde ich nehme bei diesem duft die rose nicht wirklich war so ich jedenfalls nicht und das finde ich auch persönlich ganz gut auch wenn ich früher machte ich fast wenig rosendüfte jetzt mache ich gern rosendüfte aber es muss ja nicht überall so extrem raus gerochen werden weil wenn ihr nur rose habt dann ja schwierig dann habt ihr ja wenn man nur dann hat das mit den ganzen anderen sachen irgendwie nichts mehr zu tun rose kann sehr viel überdecken und eigentlich ist es hier nicht vanille patchouli sandholzern and dry down und dieser duft ist einfach ein muss super starke haltbarkeit richtig gut über zwölf stunden gute ausstrahlung die ersten stunden sehr sehr nice und ja auch der camel den hatte ich vergessen sehr gute haltbarkeit von neun stunden und auch gute ausstrahlung anfangen ja aber wie gesagt carlai müsst ihr auf der liste haben passt perfekt im winter so platz 8 kommt von mason mangella und zwar der jazz club finde man diese flakon sehr nice richtig cool gemacht so ich hätte jetzt auch beide fireplace nehmen können den schönen kugel durfte ich ihn nennen die kastanie übers feuer gehangen und dann ja ihr kennt den duft habe ich auch aber ich bin der meinung der jazz club passt besser in dem fall schön im winter jazz club müsst ihr euch so vorstellen das ist ein warmer duft als wenn ihr in einer ihr müsst das euch vorstellen ihr sitzt in einer bar wenn ihr es dürft und so weiter und so fort und ihr sitzt hinten in der bar und dann spielt vorne einer schön jazzmusik hinten trinkt ihr ein cognac rum wie auch immer cognac passt besser denn eine schöne zigarre rauchen und so müsst euch diesen duft vorstellen dann tragt er natürlich auch diesen duft großer pfeffer zitrone in der rohli in der kopfnote also ich muss sagen die rohli ja doch schon so ein bisschen der pfeffer überhaupt nicht stark und alle anfang ist schon geil dann kommen rum absolut und da haben wir es also doch vielleicht rum cognac das ist egal auch whisky würde es tun richtig schön wenn kaum davon was ihr mögt hier ist dann rum drin das ist geil vanille und tabak dann in dry down also ehrlich gesagt er riecht ein bisschen alkoholisch auch also sprüht vielleicht nicht so doll auf wenn ihr denn mit dem auto fahrt und die polizei anhalten sollte könnten sie denken ihr habt das getrunken aber es ist schon nicht schlecht muss ich sagen also das ist schon finde ich geil als ich liebe bei the fireplace nichts gegen beide feiert jetzt aber hier passt der jazz club richtig nice und da liegt die betonung offen ist also mason majella jazz club auf acht jahr platz sieben kommt von search of und alexandria 2 ja die musste ich einfach rein dem alexandria 2 ist einfach ein klasse luxus duft ein eleganter duft für den winter und ja viele sagen ja an anfang riecht er nach haarspray ja riecht auch ein bisschen nach haarspray riecht aber nicht synthetisch gar nicht es ist einfach ein so genialer luxuöser ja ich weiß gar nicht wie man diese richtig das ist einfach ein duft der elegant und der teuer riecht zimt früchte lavendel in der kopfnote ich finde lavendel perfekt hier und das ist auch vielleicht was viele als vielleicht diese haarspray note ein bisschen in der lavendel stellt euch das nicht so wie süßen lavendel vorne oder einen kompletten lavendel dürfen nein hier ist ja noch genug drin wie schön aber lavendel ist ja einfach ein bisschen anders aber richtig genial dann im mittelteil kommt die rose so und die habt ihr finde ich oder bin ich der meinung schon an anfang hier ist das aber weil ich ja eben eingangs schon vorher von rose gesprochen dass das nicht immer bei carlai so gut ist aber hier aber wie gesagt bei carlai richte sie ja nicht und hier richte sie aber hier passt sie pervers gut und ich sage nicht umsonst pervers gut dann amber und die vanille dann ja nice da kann ich einfach nur nice sein also wer ich würde ihn jetzt nicht als einsteiger und nehmen das wäre nicht so gut das ist auch nicht so gut wenn man noch nicht getestet hat also leute geht da langsam ran geht da langsam aber es ist ein wirklich eleganter winterdorf also ja wenn ihr auf dem geburtstag seid es gibt ja genug geburtstage zur winterzeit und vor allem auch zu weihnachtszeit und da passt dieser duft einfach nein ist alexandria 2 so platz 6 kommt von roberte ogolini und ist 17 rosso ja 17 rosso ja die musste ich einfach reinnehmen weil er einfach sehr sehr gut ankommt minze safran yang yang versich in der kopfnote das hat schon stil und speed wie ich immer schön sagt also der fähre sich vor allem von der fähre sich mit dieser mit diesen ganzen anderen inhaltsstoffen rein zu machen das ist schon mutig aber es funktioniert einfach wunderbar hier dann rose pfingstrose im mittelteil ja auch hier wieder gut zusammengefügt nicht extreme rote sorry nicht so extreme rose aber einfach perfekt zusammengefügt pfeffer kommt auch im mittelteil ja so ein bisschen sage ich mal dann c dann holz und wtw in dry down und so weiter also hier sind auch einige sachen drin richtig genial aber das ist ein sehr auch eleganter duft der wirklich sehr sehr gut ankommt also bei beiden bei den herren bei den männern also der ist sehr beliebt elegant und für mich immer noch der beste aus der reihe so wenn ihr das jetzt ein bisschen summ hört draußen werden die blätter weggemacht ich hoffe das ist nicht ganz so laut sollte gehen und ja 17 rosso sehr sehr nice so platz fünf kommt von roger parfums und zwar enigma cologne so rosa oder roger wie werden eigentlich richtig immer ausgesprochen jeder sagt das immer anders ist mir mal aufgefallen auf jeden fall enigma cologne warum das cologne weil also in entweder könnt ihr das also das cologne enigma mit den parfüm so ich stelle die beiden endeffekt vor so ich habe das parfüm jetzt nicht hier weil ich den ein bisschen vorziehen weil der noch ein bisschen eine leichte frische durch die bergamotte die in der kopfnote ist hat und das gefällt man einfach und ich trage den sehr gerne ins kalt ist weil der funktioniert und die coca-cola note ist hier auch sehr gut da ja süße cola geil also geil ist eigentlich ein einer der besten dürfte mit für winter jasmini rohli dann hier ist auch sehr 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 viel drin ihr habt ja beim endeffekt eine frische cola vielleicht eine light cola coca cola mit leicht süße denn auch kein zero kohl also keine sie hochkohl also keine ohne zucker sondern ein bisschen schon leichte süße und das ist genial das parfüm zum beispiel ist bisschen mehr auf die fresse es ist auch also enigma ist nice so da wurde richtig also dann gearbeitet sich gedanken gemacht weil es wirklich ein sehr sehr schöner duft so da kann man gar nicht sagen das war enigma wo ich den das erste mal gerochen habe habe ich gesagt wow ich habe sofort gesagt wow kardamon amra kognak dann in dry down in der basisnote das ist absolut nice und da liegt auch hier wieder die betonung auf nice patchouli ingwer und sandelholz und so weiter also das ist ein duft von aller feinsten und wer nicht ganz so viel geld ausgeben möchte und deswegen sage ich das habe ich das kohlen auch vorgestellt das ist ja auch schon nicht so günstig aber das parfüm kostet eben noch einiges mehr der kann das kohlen definitiv holen weil ihr habt ja auch acht bis neun stunden haltbarkeit und auch ähnlich außer dass die tiefe nicht so ganz da ist wie beim parfüm aber der muss sich überhaupt nicht verstecken das kohlen ist wirklich sehr nice und schaut auch sehr geil aus also enigma kohlen das wollte schon sagen parfüm enigma kohlen von rosa parfums ja sehr nice so platz vier ihr merkt ich bin ein bisschen abgelenkt das nervt mich hier ein bisschen immer dann weiß die ganze zeit nicht aber wenn man denn der aufnahme macht dann machen sie ihr ja ihr blas gerät nein ihren bläser da an und hauen die blätter weg aber wohl das muss sein weil es die feuchtigkeit sehr viel blätter auf der straße und auch auf den gehweg in meiner einfahrt und so weiter naja egal ich schweife absolut platz vier kommt von inizio und ist rehab ja rehab ist die luxus variante von spice bomb so wirklich oder spice bomb extreme das original zwischen zwischen den original spice bomb und spice bomb extreme liegt denn dieser duft und der ist einfach ja er ist genial und besser ich liebe spice bomb das original und vor allen dingen das extrem aber das hier ist einfach anders bergamonte lavendel schwarzer pfeffer in der kopfnote aber die süße habt ihr schon da sagen heute zählen holz kommt dann ihr habt ihr kein zimt drin ich bin der meinung oder ich bin der meinung ist ist ja zimt auch im original als das heißt im original ne ich meine in spice bomb und vor allem auch vanille das findet ihr hier nicht aber trotzdem riecht er so aber einfach ja vielleicht einfach bisschen tiefer nicht vielleicht synthetisch will ich gar nicht sagen dass das finde ich das beispiel wirklich synthetisch riecht aber das ist einfach luxus die luxus variante einfach abgerundeter von dieser version und absolut geil gute ausstrahlung sorry gute heilbarkeit und so weiter und so fort ich hoffe ihr hört das wirklich nicht sorry dass ich immer ablenker aber meine güne einer wenn ihr den noch nicht kennt und wenn ihr spice bomb liebt dann testet den mal hier wirklich so jetzt kommt platz drei und ich hoffe ich sprechen richtig aus daniel rossi mit andere tabak ja das ist ein duft der wie die faust aufs auge zum winter passte sprühe ist gut aber spürt ein bisschen doll hier unten raus manchmal ja da kann ich nur sagen einfach lecker weihrauch und bergamotter anfang kommt ist diesen duft die bergamotter ja und weihrauch ganz wenig wirklich ganz wenig also ihr nicht dass ihr denkt dass ich so richtig nach weihrauch nein die bergamotter leid das ist eigentlich auch süße bergamotter kommt richtig schön dann patchouli und sandelholz ja passt auch perfekt zusammen und dann amma tabak vanille geile hat ähnlichkeiten mit den ordnern von parfüm simali ja nur anders nur anders muss das noch mal den vergleich ziehen sie sind auch ein bisschen nicht ganz so penetrant vielleicht wieder 25 mal obwohl ich den gar nicht penetrant finde schwer zu erklären aber vergessen wir jetzt mal den parfüm simali der amtabak oder parfüm solltet ihr auf jeden fall von den jose ich hoffe ich richtig ausgesprochen solltet ihr auf jeden fall mal testen so auf jeden fall mal testen weil das ist wirklich ein genialer duft der einfach ihr merkt einfach die qualität des duftes und ja es ist lecker es ist einfach lecker das passt zu weihnachten es passt so winterzeit das passt so kälte einfach wie gesagt schon wie die faust aufs auge richtig genial und den stellen ja nicht ganz so viele vor und ich hatte ihn auch nur einmal glaube ich bis jetzt vorgestellt aber ihr solltet den auf jeden fall mal unter die lupe nehmen sehr geiler duft so platz zwei ja parfüm simali herrott ja und noch mal die version ist gut hat eine super gute ausstrahlung hält neun bis zehn stunden letztens sogar elf stunden wirklich bei mir so und ob ihr das glaubt oder nicht auf der haut so jede haut ist anders aber die version ist wieder nice auch ein paar fünf dem ali meint die nie geändert zu haben soll sie meinten die nie geändert zu haben ok viele geben das nicht gern zu aber wir wissen dass die 2018 aber sind und so weiter und so fort wirklich nicht lange hielt sechs stunden glaube ich die hält hier wieder richtig gut lang und das finde ich nice als einer der besten dürfte auf dem markt ist für mich im winter zimt tabak klar das ist ein bestandteil des duftes weihrauch kommt dann auch es ist einfach ein absolut lecker weicher cremiger schöne warmer duft vanille c dann holz w t wer dann ach man leute wer den noch nicht kennt sollte den unbedingt mal testen moschels patchouli kommt dann auch noch ich habe ja mal gesagt der leiten der leiten ist meine nummer eins dann hat ich hatte den jammer früher dann hatte ich nicht mehr habe ich noch nicht wieder gekauft und dann habe ich gesagt ich mache ich muss mich hat das ein bisschen mehr der halbbarkeit gestört gar nicht von den duft fand ich schon immer geil aber ich hatte leiten einfach war insgesamt dieses das gesamtpaket war auf 1 und dann habe ich gesagt okay hier und ja jetzt wieder gute halbbarkeit gute ausstrahlen der duft ist jetzt einfach die nummer eins für mich was von 15 mal bis jetzt auf dem markt natürlich haben die auch andere gute dürfte sowie pegasus pegasus exklusiv leiten exklusiv ich mache diese exklusiv reihe ich hoffe dass hier noch mal eine kommt von herrott das wäre nice das würde ich meine herrott exklusiv das würde ich wirklich feiern darf man natürlich nicht ganz zu den arm muss schon drin sein und ja bin ich mal gespannt auf jeden fall auf platz zwei herrott von parfüm simali so platz 1 normalerweise gleich vorweg das sage ich wirklich wäre auch es gibt ja so viele gute dürfte wäre natürlich nexus von search of 1 ihr wisst das so ihr wisst das den habe ich jetzt aber mal weggelassen weil viele den mein ja jetzt kommt wieder nexus und ich habe natürlich noch ich habe das herrschaft ihr kennt ja das herrschaft ist mein lieblingshaus meine lieblings brand und die haben einige gute dürfte und ja er kommt auch jetzt auf 1 aber nicht nächstes sondern ambas da ja und ich habe ja den parfümier von rammstein getroffen letztens und da saßen wir schön draußen an der außen als das war nicht so gutes wetter kein regen aber es war kühl windig und ich habe diesen duft getragen und hat ihn hat mir nach hinein noch mal geschrieben es ist hammer er feiert diesen duft und ja es ist einer der besten uns auch einer meiner lieblings dürfte die es überhaupt gibt so genial so stark guter sprühe guter flocken ja ja das ist nice young young cedernholz in der kopfnote geil amra geil absolut geil also c19 haben wir zusammen ist nice und das gleich am anfang in der kopfnote dann habt ihr möhre und was balsamisches was dann kommt das passt einfach dieses balsamische vor allem richtig nice vanille sandelholz und weiter und so weiter und so fort ich habe den schon mal einzelnen video vorgestellt also dieser duft auch dieser geile flackung ist richtig nice leider leider gibt es den nur ein paket wir können den leider nicht einzig auch ich werde alle dürfte und natürlich verlinkungen so gut wie es geht schaut rein am master auf platz eins soll leute das war meine top 10 winter dürfte im nischenbereich so und ihr wisst ja wer die anderen noch nicht gesehen hat die für den mainstream und mainstream und nische zusammen ich habe also drei top 10 winter dürfte gemacht videos schaut mal vorbei schaut auf meinen kanal drückt die glocke ich würde mich natürlich freuen wenn ihr hier bleibt und so weiter und so fort ich habe ohne ende videos also hier könnt ihr eigentlich so gut wie alles finden fast alles finden natürlich alles geht auch nicht und dann bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder für ein ganz stark Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018